Ich wünsche den Damen alles, alles Gute zum Frauentag und ganz viele tolle Herzen auch von mir zum Weltfrauentag. Darf natürlich auch der Kaffee dazu nicht fehlen und die schönen Blumen und die, die sich an Frauentag binden wollen, kommt dieser Tag eigentlich nur gerecht und eigentlich zurecht. Somit sei gesagt, liebe Damen, ihr braucht keine Angst haben, egal ob man ihn sagt, nicht mein Typ oder das Ganze, die Herren respektieren den Frauentag natürlich und ich sage danke. Danke.